Hier ist ja im Anlezentrum der Ruppe der Zug. Was ist das für ein blödes... Hier Knacki, vom Zoll beschlagnahmt her jetzt... Nach Gehege 2, nach Gehege 2... Und ihr Hübschen... Natürlich nicht Gehege 2... Ihr habt hier Euer... So... Jetzt bin ich mal gespannt... Was sie machen ob sie kommen und so weiter und so weiter... Doch sie laufen schon wie verrückt... Ja, die sind schon in Betrieb die Jungs... Halid ist da... Halid Hello... Halid war... Oh... Ja... Halid... Ey mach mal nicht mein Halid kaputt... Ach... Techniker... Die reparieren ja das Gehege... Jo... Sorry... Muss ich schnell... Techniker... Die Techniker... Arbeitsbereich... So... Jetzt geht ja wieder los... Alles neu... So... Und dabei wäre es natürlich wieder schön, wenn man... Wenn man Arbeitsbereiche kopieren könnte... So... So... Ok... Jetzt kommen auch die Leute... Ach... Und wir haben doch gar keine Bänke... Ich wollte ja noch Bänke hinstellen... Kann ich ja machen oder? Kann ich machen... Bänke... Bänke... Beige... Vielen Dank. Okay. So, gucken wir uns selber mal unsere Tiere an. Wieso? So. Ah, hier sind die. Und hinten aber kleine. Sind aber kleine. Lebensqualität. Aha. Spielzeug. Und dass das ideale für euch ist. Ah. Kegel. Lebensqualität. Da steht aber nichts da, was man da ändern könnte. Gummiente. Gummiente. Futter oder nicht? Die Schweinchen. Wo seid ihr denn? Wird auch so klein. Ah. Und da geht Lebensqualität. Gummiente. Ah. So, ein Schweinchen. Tickets sind günstig. Aha. Was kostet denn ein Ticket? Ich habe keine Ahnung. So. So. Okay. Warnungen. Aha. Da ist das Männchen. 50. 50. Okay. Wird langsam. Wir wöhnen sich langsam ein wahrscheinlich. Ach. Jetzt kriegen sie auch das erste Futter. Sehr gut. So. So. Gorillas. Gucken wir mal zu unseren Gorillas. Wollen wir mal was. Gucken wir mal, was wir überhaupt sehen. Ah. Hey. Ah. Wo seid ihr denn? Na ey. Hallo. Oh. Lebensqualität, was fehlt dir denn? Reifen. Zu wenig Beschäftigung, ok. So, hier. Ne, wir wollen kein Blutkürbis. Gutes Wöhn, es sind doch keine Fleischfresser. Hier, schöne Kräuterchen. Ist das nichts Schönes. Kratzbaum, keine Ahnung. Hier noch ein Reifen. Oh. 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 Ah! Ah! Tatsächlich fängt es an zu spielen mit. So. Schneeball. Eisball. Hier könnte ein bisschen rumklimpern. So. 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 her. Wo seid ihr? Komm, so. Männchen haben wir. Weibchen. Weibchen. Männchen. Weibchen. Weibchen. Drei. Ein Elefant machen wir da mit rein. Schildkröte machen wir da mit rein. Die kommt da mit hin. 28 Jahre, das ist ja gar nichts für die. Ah. So ein Alpensteinbock passt da natürlich nicht hin. Das Bio oder was ist das? So. Ach, das ist ein Embro. Embro. Ähm, Embro. Keine Ahnung was ein Embro ist. Und was macht der? Ich meine, lustig sehen die aus. Aber die sehen nicht aus, als wenn sie Fleisch fressen. Hier, Pfau. Ja. Hier, du bist vier Jahre. Aber warum sind die Weibchen alle schon so alt? Egal. So. Gut. So, haben wir erstmal wieder was für unseren. Oder noch was. Oder noch was. Oder noch mal jetzt. Oder noch mal.